Heute sind wir hier in der neuen Wasserkunst in Bautzen. Wir sind jetzt hier im Beihaus, im Anbau sozusagen. Es ist ein unheimlich schönes Gebäude und ein unheimlich tolles Flair hier. Und ich bin ganz froh, dass wir hier drehen dürfen. Wir haben uns immer Gebäude ausgesucht, die viele Stufen haben, fast immer. Wir müssen uns aber mal ändern. Ja, zu hören gibt es einen Song von mir, der heißt Guess What It Takes. Da geht es um das Ende einer Beziehung. Und eigentlich geht es darum, wie man damit vielleicht besser nicht umgeht. Und ich habe es ein bisschen mit einem Augenzwinkern gedacht. Und der Song ist Anfang letzten Jahres auf meinem ersten Album erschienen, das heißt Maverick. Und das gibt es bei Spotify zu hören und es gibt es auch überall zum Download. Was ist dein Berufswunsch jetzt für Bäder, Marc? Wenn ich mal groß bin, würde ich gerne Musiker werden. Oder Astronaut. So wie Lance Armstrong. Ja, aber ohne Fahrrad. So ... Hahahaha